Nur für euch, Chat, ich weiß, dass die Bilder von denen jetzt links und rechts noch vertauscht sind. Also das heißt, links auf der Seite ist das Power Ranking von JD, rechts das von Jannis. Ich fixe das aber jetzt, während die beiden sprechen. Viel Spaß. Unglaublich, so eine Ankündigung. Das ist ein absoluter Service. Applaus im Chat für Nick. Ja, ich habe dein Power Ranking logischerweise noch nicht gesehen. Du hast meins offensichtlich noch nicht gesehen. Warte, links ist meins. Okay, wir haben Bärs und Broncos beide schon mal da unten. Das ist gut. Dahinter, uh, die Jets sind sehr, sehr tief. Das war witzig, wie das Bild rumgekommen ist. Die Jets sind sehr, sehr tief bei dir. Die habe ich nicht mal auf der letzten Seite hier. Das ist sehr interessant. Die Giants hast du auch deutlich tiefer als ich. Die Vikings hast du deutlich tiefer als ich. Also da sind schon ein paar Unterschiede hinten, würde ich sagen, wa? Ja, Commander sind bei dir nicht auf der letzten Seite. Die sind bei mir. Okay, also rechtfertige dich bitte für die Jets. Und wo zum Teufel sind die Commanders? Das würde ich gerne wissen. Okay, also erstmal muss ich sagen, Power Ranking selber machen ist schwieriger als ich dachte. Ich dachte so, ja, okay, Teams, bam, 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 bam. Und, also ich fand, die unteren und die oberen waren easy, so die ersten. Aber dann schiebst du die so. Also ich glaube, im Nachhinein bin ich trotzdem nicht zufrieden gewesen. Das war ein ganz unbefriedigendes Gefühl. Also ich weiß nicht, wie du das jede Woche schaffst. Ja, dann da so zu sitzen und dann, oh nee, eigentlich will ich das auch wechseln, aber geht trotzdem nicht. Ich bin überrascht, dass die Jets hier nicht sind. Da will ich gleich mal eine Rechtfertigung von dir hören, weil ich finde, die Jets mit Russell Wilson, wollte ich schon sagen, mit Zach Wilson sind so trash. Also wir müssen ja von der aktuellen Form ausgehen und ich sage, wenn er weiter spielt, wovon jetzt auszugehen sind, weil die Jets meinten, sie werden für keinen Quarterback gehen, wovon ich aber ausgehe. Ich glaube, das sagen sie auch einfach so, schauen trotzdem nach. Ich sehe, die nicht noch Spiele gewinnen. Also, Zach Wilson stinkt so geisteskrank. Also ich wirklich, jedes Play, was er macht, finde ich, kommt super unsicher rüber. Und ich kann nicht sehen, gegen welche Teams sie Siege holen, weil der Schedule auch echt nicht leicht ist. Ich muss mir gleich nochmal genauer angucken, wie es die nächsten Wochen aussieht. Aber auch die Division, was da noch für Teams kommt. Ja, bei den Vikings hast du noch gesagt, da hast du mich in einem Loch getroffen, als ich das Power-Wanking gemacht habe. Da war ich so der Mood, ja, das wird nichts, wir kriegen einen First-Over-All-Pick. Es ist halt, da habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten. Ich wollte sie ein bisschen höher setzen, eigentlich. Aber ich dachte, ja, dann ist es vielleicht so ein Vikings-Ding, wenn ich sage, ja, das ist mein Lieblingsteam, ich habe noch die Hoffnung. Und man muss halt sagen, sie stehen 0 und 3. Und ein 0 und 3-Team sollte nicht höher als 24 sein. Also, finde ich, ist natürlich viel Pech gewesen. Sie wurden jetzt nicht so weggeklatscht wie die Broncos, weswegen die da unten sind. Trotzdem steht man 0 und 3. Deswegen vorsichtig noch da unten. Kann auch sein, dass zur nächsten Woche ich die 10, 15 Plätze höher mache. Aber, ja, die Commanders, ich weiß gar nicht. Ich bin nicht höher, einfach in die Top-10, so. Ja, wenn dann, vielleicht kriegst du mich dann in so einem High, wo ich sage, wir gewinnen den Super-Wohl, weißt du? Commanders, ja, hast eigentlich recht. Also, muss ich ganz klar so, ich kann mich jetzt rechtfertigen, wie soll es das? Ich glaube, sie kommen auf 22. Also, ich habe sie auch nicht so viel höher. Müssten eigentlich niedriger als die Saints. Die Saints, überraschend gut gewesen bis jetzt dieses Jahr. Trotzdem, da unten, was mich bei dir wundert, sind die Colts, dass du die so weit unten hast. Also, ich fand, die haben sehr, sehr überzeugend gespielt. Und jetzt die letzten Wochen auch mit dem, mit Gardner Minshew. Dann auf 26 finde ich ein bisschen hart. Also, ich sehe die Titans, Giants und Texans im aktuellen Vergleich nicht stärker, obwohl Texans vielleicht. Okay. Das Erste, worüber ich reden sollte, war was? Jets. Jets, warum? Die Defense. Die Defense ist mir zu gut. Ich glaube, die Defense und das Rushing Game sind an sich beide gut. Das Rushing Game ist halt bloß komplett tot zur Zeit, weil jedes Team sich sagt, ja, okay, Wilson kann ich werfen, wir machen das Rushing Game zu. Aber ich denke, dass da das Coaching ankommen wird. Ich hoffe auch für die Jets, dass Aaron Rodgers da ein bisschen seine Hand mit drin haben wird. Weil ich glaube, alles, was sie ihm gesagt haben über die ganze Off-Season ist halt immer, ah ja, kein Risiko und sei vorsichtig und dann bauen wir deine Moral wieder auf. Du machst keine Fehler. Aber das funktioniert nicht. So der Quarterback war Zach Wilson halt auch bei BYU nicht. Der hat halt überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Was meiner Meinung nach auch richtig gut rübergekommen ist bei Hard Knocks. Einfach aus der Art, wie alle mit ihm geredet haben. Es war wirklich, das ist, so redet man halt mit Leuten, die kein Selbstbewusstsein mehr haben. Ja, weißt du, er macht irgendwas, was okay ist. Ja, siehst du das? Geh doch, das bist du und du bist der Mann und bla. Obwohl er eigentlich so eine ganz normale Sache gemacht hat. Und ich glaube, da muss was gemacht werden. Ich glaube, da wird was gemacht werden. Ich glaube, er wird aggressiver spielen. Ob es am Ende funktioniert oder nicht, werden wir sehen. Aber die Defense ist mir einfach deutlich zu gut, um auf 29 zu sein. Kommandos haben wir drüber geredet. Codes ist... So, die Defense ist ganz gut. Die Offense ist nicht gut, meiner Meinung nach. Und gerade jetzt letzte Woche haben sie halt gegen die Ravens gewonnen, wo die Ravens sich selber eigentlich geschlagen haben und halt extrem verletzungsanfällig waren. Und dann in Overtime die Sache mit der PI noch dazu und so. Also ja, auf Codes bin ich nicht sonderlich hoch. Äh, Codes über Titans könnte man drüber nachdenken. Aber da ist bei mir dann halt auch durchgekommen, dass ich die Titans Defense zu gut finde. Ähm, und dass die Titans halt auch offensiv funktionieren können. Die sind halt bloß extrem faktorgebunden dran, ob Derrick Henry funktioniert oder nicht. So, und manche Teams werden das aber einfach nicht aufhalten können. Und dann funktionieren die Titans meiner Meinung nach offensiv auch gut genug, um Spieler noch zu gewinnen. Ähm, Giants... Weiß nicht, ob ich da noch drauf warte, dass sie irgendwie was zeigen. Denn bisher könnte man auf jeden Fall vertreten, die niedriger zu haben, verstehe ich. Aber dafür sind die mir immer noch zu talentiert am Ende. Verstehe ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf die nächste Seite. Ob ich die Comandos auf 22 hatte. Ach, 21. Ja, okay. Aber es akzeptiert erstmal meine Begründung, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich kann es verstehen. Ich habe nur... Ja, Colts habe ich schon relativ hoch, weil sieht man ja jetzt hier auf 17. Kann man natürlich... Also Chargers an sich auch drüber... Ähm... Moment, mach ich mal kurz. Warum schreibst du überall die Teamnamen hin und dann Washington? Was? Stimmt. Keine Ahnung. Na, aber das ist ja eigentlich egal. Wir wissen ja, wer gemeint ist. Ähm... Ich gucke gerade, was hier mir teuer auffällt. Du hast... Oh, du hast Stilhass auf 13. Wo kommt das her? Ähm... Die Defense ist bei mir klar der Punkt, wo ich sage, die performen. Und Kenny Pickett ist durchschnittlich. Und ich muss sagen, die anderen Teams, ich finde... Doch, ich finde es in Ordnung. Also, ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Aber, ähm... Allgemein, ich finde, dieses Jahr... Ich meine, es sind erst drei Spieltage. Aber es gibt so ein paar Teams, die ganz oben stehen und performen. Dann so drei, vier Teams, die unten performen. Und es ist nicht irgendwie so, dass es so grob aufgeteilt ist. Ich finde so ab Platz... Boah, also bei mir im Powering so um die sieben. Bis 22, 23. Vielleicht sogar 24. Ist es so, dass, wenn die verlieren oder gewinnen, dass ich denke, ja, okay. Ja, okay. Also, ich finde, es ist nicht so eindeutig, wie es sonst immer war. Oder kommt mir das nur so vor? Also, bei den meisten Spielen an sich. Das ist eigentlich immer sehr, sehr schwammig in der Mitte. Ich glaube, wir haben letztes Jahr auch die gleiche Sache gesagt. Ich gebe mit. Ich glaube, bei mir ist es 6 bis 15 so ungefähr. Aber die Teams, die da drunter kommen, sind dann schon noch doll da drunter, würde ich sagen. Ähm... Aber wir haben relativ viel dann auch doch noch irgendwo ähnlich. Du hast die Chargers extrem niedrig für meinen Geschmack. Aber da sehe ich auch ein, dass ich die vermutlich einfach extrem hoch habe. Ähm... Für das, was sie gezeigt haben. Aber ich sehe einfach nach wie vor nicht ein, dass die schlecht sind so. Weil die einfach viel zu einen krassen Roster haben dafür. Deswegen, ich hoffe jede Woche, okay, diese Woche spielen sie auf ihrem Potenzial. Diese Woche spielen sie auf ihrem Potenzial. Und ich glaube, ich brauche da manchmal einfach ein bisschen lange, um Teams aufzugeben. Ähm... Aber nee... Also Kenny Pickett Durchschnitt weiß ich nicht. Ich mag den. Ich finde die Story cool mit Pittsburgh. Und ich wünsche ihm, dass er durchschnittlich spielt. Aber bisher... Ich sag mal, gerade wenn du Rookie-Quarterbacks ausklammerst. Aber selbst dann nicht. Ich weiß nicht, ob mir doll mehr als 5 Starting-Quarterbacks einfallen würden. Wo ich sage, die sind schlechter zweifelsohne als Kenny Pickett diese Saison. Also der spielt echt nicht gut, meiner Meinung nach. Ähm... Obwohl... Ich finde, er wird halt durchs Coaching auf jeden Fall... getragen. Aber ich finde es... Also ich glaube, er kommt... Moment, Moment, Moment. Durchs Coaching insgesamt, ja. Aber Offensive Coordinator ist auch... Ja, ja, ja. Aber ich glaube, er wird diese Saison noch kommen. Ich habe irgendwie... Also ich finde es in Ordnung, wie er spielt. Was jetzt auf die Chargers nochmal bezogen. Ich glaube, ich habe die halt... Also das ist das Gleiche, wie ich bei den Vikings vorhin schon meinte. So dafür... Das Potenzial von beiden Teams müsste ich sie auf jeden Fall höher setzen. Aber das, was sie bis jetzt gezeigt haben... Es war auch gegen die Vikings jetzt auch nicht so ein überzeugender Sieg. Dass ich sagen würde, die müssten viel, viel höher. Sondern es war halt so... Ich glaube, das hast du ja auch gesagt. Ja, wer will eher verlieren? Und am Ende wollten die Vikings mehr verlieren. Es war jetzt nicht das... Okay, die haben so perfekt gewonnen und so. Das ist halt auch schwierig. Die Offensive spielt richtig gut. Aber es läuft trotzdem nicht. Also es ist wirklich beides gleiche Teams. Und da sehe ich das genau ähnlich. Ansonsten... Ich glaube auch, um mir mal kurz einzuhaken. Ich glaube auch, du machst insgesamt ein besseres Power-Ranking als ich. Weil ich mich immer noch zu sehr daran festhalte, an meiner ursprünglichen Meinung von Teams und an meiner Meinung vom Roster, vom Kader. Und ich glaube, du machst das so, wie es theoretisch sein sollte in einem Power-Ranking, dass du halt bewertest, okay, was habe ich bisher gesehen? Wie haben die bisher gespielt? Deswegen, wenn ich jetzt sage, oh, die sind für mich zu niedrig und so, dann ist es halt immer nur für meine Art, ein Power-Ranking zu machen. Ich glaube, für ein richtiges Power-Ranking machst du es auf jeden Fall schon deutlich besser und bist deutlich näher an dem dran, was die meisten Leute unter einem Power-Ranking verstehen. Also verstehe mich nicht falsch. Ach, alles gut. Dafür sind wir ja hier ein bisschen zu diskutieren. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast zu der Seite, aber ich glaube, ansonsten können wir zur ersten Seite gehen. Ja, würde ich auch sagen. Da ist die Spannung dann groß, wie weit sind die Cowboys gefallen und alles. Gefallen haben wir jetzt noch nicht reingemacht diese Woche, wie weit hoch und runter ist und so, weil es halt die erste Woche ist, wo wir jetzt auf Donnerstag gegangen sind. Die erste Woche, wo wir in unserem normalen Showrhythmus sind wieder. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen das erstmal noch so. Ich wusste, dass du die Dolphins auf eins hast, du Hype-Biest, ey. Der reicht so ein Spiel, bam, direkt auf eins geballert. Was heißt ein Spiel? Also ich fand, die haben alle Spiele echt gut performt. Für Spiele, wo die knapp gewonnen haben gegen die Chargers, die bei dir auf 18 sind oder sowas? Ja, aber du musst halt auch, das war Woche eins, das war Woche eins. Also die Chiefs stand jetzt über den Dolphins, finde ich crazy. Also dass du die auf vier hast. Ich hätte auch gedacht, dass du sie auf eins vor den Einers, also finde ich jetzt ein legitimer Call, ich hätte gedacht, dass du sie auf jeden Fall über den Chiefs hast, weil die Chiefs mich jetzt noch nicht so überzeugt haben, sie über sie zu tun. Und ich glaube, Stand jetzt, wenn sie gegeneinander spielen, würden die Dolphins schon deutlich gewinnen, weil die Spiele, die sie bis jetzt gemacht haben, was heißt deutlich, also so nicht zu Possession deutlich, aber ich glaube schon, dass es in Lock wäre, auch für sie zu gehen. Die Chiefs haben mich bis jetzt nicht so überzeugt. Also letztens, natürlich, sie haben hochgewandert, das sind die Bears, das ist kein... Das sind die Bears. Gegen wen haben die Dolphins hochgewonnen? Ja, aber 70 Punkte ist schon... Aber sie sind halt super. Wie waren die beiden Spiele vorher? One Possession Game gegen die Patriots gewonnen, One Possession Game ganz, ganz knapp mit Glück gegen die Chargers gewonnen. Also da hat mich noch nicht wirklich was überzeugt, außer natürlich der Offense jetzt in dem einen Spiel, was komplett außer Kontrolle geraten ist. Die Chiefs überzeugen mich die komplette Saison schon, defensiv mega. Und du musst drüber nachdenken, ja, es war gegen die Lions und so, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie Cassie und Dingsbums gehabt hätten und dann die Line, save 3-0. Und dann sieht es auch wieder anders aus. Und dann haben die die überzeugenderen Siege so. Also, ich glaube, du bist so hoch auf den Dolphins für dieses 71-Punkte-Spiel. Ja, kann auf jeden Fall sein. Ich wollte einfach Lappigflown gefallen tun und habe sie deswegen auf eins. Das ist das einzige Argument, was du brauchst. Ich glaube, du bist auf den Schieß höher, weil sie jetzt Taylor Swift haben. Ich glaube, deswegen hast du sie auf drei und ich nur auf vier. Dann das was hoch. Aber ansonsten, wenn ich so rumgucke, Cowboys sind schon gefallen, aber es ist ja trotzdem für die eine Woche jetzt nicht so tief. Ravens gleich, Browns gleich. Ansonsten, also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das geht auf gar keinen Fall. Da würde ich meckern, so abgesehen jetzt von den Dolphins. Oder hast du noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das verstehe ich gar nicht, weil es ist halt alles sehr ähnlich, nur ein, zwei auseinander. Ne, ich finde es gut, weil bei mir glaube ich auch viele Kommentare gesagt haben, dass die Browns viel zu hoch sind und sowas. Die haben wir gleich. Ich sage mal, wenn du die Dolphins verschiebst, haben wir die anderen drei Teams, die in der Top 4 sind gleich, Bills und Cowboys nur geswitcht. Chargers sind bei mir ein bisschen hoch, Lions sind bei dir einen Ticken höher, als bei mir Seahawks sind gleich. Bengals auf 11 ist noch so ein Ding, wo ich sage, ja, weiß ich nicht unbedingt, aber die hatte ich auch relativ hoch. Also, ja, Spitze gefällt mir, da sind wir einer Meinung. Aber für das erste Power Ranking bin ich auch auf jeden Fall zufrieden. Also jetzt, wo ich das noch mit angeguckt habe von dir, so, ja, okay, oben ist jetzt auch nicht so schwierig, da die Punkte zu haben, aber ist echt schon interessant, so ein Power Ranking zu machen, wenn man da so sitzt. Ja, kann ich auch nur den ganzen Zuschauern empfehlen, weil es ist immer einfacher, sich über bereits bestehende Power Rankings aufzuregen und zu sagen, ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und ansonsten passiert immer das, was du vorhin meintest, du hast dein Power Ranking fertig und denkst so, nee, es kann eigentlich nicht sein, dass ich das Team auf der Zahl habe. Schiebe ich das mal hoch. Aber nein, die sind nicht besser als das Team und so. Also es ist immer so. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann machst du auch gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch mehr von uns sehen möchtest, dann schau dir auch gerne die anderen Shows hier auf Ballpost an. Bis zum nächsten Mal.